hallo und herzlich willkommen zur 17 folge vom minecraft let's play hier auf dem channel schön schön so ja ich lasse mich wieder vom ausblick inspirieren wir müssen jetzt mal gucken ja das nehmen wir mit das schwert nehmen wir auch mit zur sicherheit mehr brauchen wir eigentlich nicht haben wir eigentlich monster ja einfach können wir bald auf normal stellen also was dann passiert so holz brauchen wir nicht ich habe nämlich jetzt was vor ach du scheiße ist das ein liebeslied oder was ja jetzt habe ich vergessen dass ich mitnehmen wollte wenn man so und so und so und steck die hatte mehr nicht und eine axt hier fast wieder fängst du mich die schatz ich liebe dich ich liebe deine stimme genau so hört sich das für mich an tut mir leid wenn ich das mal sagen muss aber genau so hört sich das für mich an so ich habe hier nämlich schon wegen gebastelt und zwar hierhin und hier soll ein friedhof entstehen es ist zwar ein trauriger ort aber wir brauchen auch mal einen ort wo es ruhe gibt wo man dran gedenken kann an die ja wo man an die toten gedenken kann und wir werden sicherlich viele leute viele tiere hier verlieren wir werden neue freunde finden hier aber auch freunde verlieren ja so irgendwie ein bisschen laut was habe ich da für eine playlist dran so nähen wir hier erstmal alles weg sobald der mensch kommt muss alles weg alles in der mitte stehen ja noch da stehen noch zwei bäume aber sonst geht das wir brauchen eh auch bäume hier das ist nicht die frage das ist nicht das problem aber ich möchte erstmal so einen kleinen Überblick verschaffen hier damit ich sehen kann hier was fehlt oder was nicht so oh hier unten baue ich noch einen ab so guck mal das wow der ist gleich zu krass geworden hier vorhin war ich eben mit der maus wieder zu schnell okay ach du meine bitte naja sind wir jetzt hier in einem falschen liebesfilm oder wie oder recht aus ich weiß nicht woher ich die Playlist sag ich bin mir ich möchte es auch nicht sagen unmittelbar denn die schmerzen sind wir hier mit Schöner Ausblick hier, muss ich schon mal sagen. Fällt mir da auch mit den Tintenbüschen, und hier unten ist Lehm, und das braucht man Lehm ab, keine Ahnung, anscheinmal, Lehm brauchen wir auch sehr viel, für Blumentöpfe, für Ziegel, wir können uns mal einen Schornstein machen, dafür brauchen wir Lehm. Okay, ist das jetzt vorbei eigentlich, das Lied, also ich finde es ein bisschen... Na ja, was sonst, so, wir haben jetzt ne Menge Holz, hier brauchen wir, oh du Scheiße, hab ich vergessen abzubauen. Das darf natürlich nicht fehlen, so dann kommen wir hier an, haben dann, mal sagen hier, wir könnten eigentlich ne Mauer aus... Holz ist irgendwie nicht so... Könnten ne Zaunmauer machen, äh, oder, oder ins Mauer sag ich, äh, nen Zaun machen, oder, äh, keine Ahnung, was anderes. So, da bin ich wieder nach einer kurzen Entschuldigung, ähm, ich mach jetzt erstmal keine Playlist an, ich hab das Problem mit dieser Kack, wirklich Kack-Werbung. Ja, ich darf die natürlich nicht im Video hier benutzen. Und ihr habt natürlich jetzt eben gerade einen Ausschnitt davon sicherlich gehört. Und ich entschuldige mich auch vielmals dafür, also, ich weiß gar nicht wie oft, aber irgendwann geht das auch schon sowas von auf die Nerven, dass ich sage, hier, Stopp, Playlist aus. Ne, mach ich nicht mit. Jetzt haben wir keine Musik hier. Also, ich bedanke euch bei der Werbung, die ständig dazwischen läuft. Es ist eine Playlist, natürlich von YouTube, natürlich, ich bin ja auch... Es ist ja auch Werbung drin, es ist ja auch nicht das Problem, es ist ja überall Werbung drin, was mich auch ankotzt. Dann laufe ich jetzt schon so von der Brücke, super. Ähm, und... Keine Ahnung, was das Scheiß soll. Immer, es kommt immer diese Kack-Werbung. Immer. Egal, was man anhat. Brauchst nur YouTube zu öffnen. Brauchst nur YouTube zu öffnen und da kommt Werbung. Ja? Scheiße ist das. Das ist... Also... Zu viel. Viel zu viel mit der Werbung hier. So. Hm, lecker erstmal hier. Hammelfleisch. Ähm... Ja, ist jetzt auf einmal ruhiger geworden. Wird mal gucken, ob ich noch irgendwelche Musik ohne Werbung finde. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Und ich glaube auch nicht, dass ich so eine Art von Werbung oder so eine Art von Musik finde, wo es keine Werbung gibt. Vielleicht könnt ihr mir da was vorschlagen. Könnt ihr doch mal in die Kommentare schreiben. Wie ist das? Hä? Wäre doch mal was. So, äh... Ja. Ich bin... Sehr schade. Schade. Richtig schade, dass wir jetzt... Hier nicht... Dass wir nicht anständig... Keine anständige Musik haben. Wobei anständige Musik eh nicht. Die war irgendwie ein bisschen... Ähm... Weiß nicht. Die könnte vielleicht teilweise dazu passen, aber... Ich... Sag da mir ehrlich... Äh... Äh... Ne. Lieber nicht. Dann höre ich ja lieber Andreas Elsholz Musik. Wenn der Musik macht. Oder Rolf Zuckowski. Rolf. Rolf erinnert mich an irgendwas. So. Ja, es ist... Ja. Tut mir leid. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag, was da... Was ich da machen kann. Und vielleicht hat ja einer von euch das Problem auch. Hm? Ich weiß ja nicht. Oder ich bin nur der... Typ der... Ich weiß nicht. Also die letzten Folge hat das so gut geklappt. Keine einzige Werbung. Gut bei Folge... Ich glaube 5 oder so kam das letzte Mal richtige Werbung. Und... Äh... Ja. Es ist... Ja. Ich weiß nicht was passieren würde. Ich glaube das Video wird gesperrt werden. Aber ich weiß nicht so richtig was passieren würde, wenn... Wenn... Wenn er aber sagt hier komm... Werbung... Scheiß drauf... Lass ich ein Video mitlaufen. Hm? Ist das nicht... Das ist glaube ich verboten. Das... Das muss verboten sein. Müsste ich ja wieder oben links in die Ecke schreiben. Unterstützt durch Produktplatzierung. Hm? Oder so ein Kack. Irgendwie sowas. So. Warte mal. Es ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber... Wir können es mal versuchen. Wir... Wir können es aber mal versuchen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das es bringen wird. Äh... Aber diese... Diese Minecraft Musik anmachen. Hatte ich jetzt... Ur... Also seit Urzeiten hatte ich die Musik nicht mehr an. Und seit dem Version hat sich ja glaube ich auch was mit der Musik geändert. Also hoffe ich mal, dass die... Ganz okay wird. Natürlich kommt jetzt gar nichts. Na egal. Eine Folge ohne Musik. Eine Folge ohne Musik. Eine Folge ohne Musik. So hier geht es dann jetzt ab. Kann ich hier auch nicht weitermachen. Ich habe mich... Ich habe mich jetzt beschlossen hier eine... Wie heißt das? Eine Holzwand zu machen. Also einfach nur eine klapprige alte kaputte Holzwand. Das soll schön aussehen. Also da mache ich mir jetzt hier keine Mühe. Aber für den Friedhof wäre das eigentlich angemessen. Aber... Naja... Kennt mich ja. Ja... So... Brauchen nur zwei Blöcke hoch sein. Der Friedhof muss auch gar nicht so groß sein. Wir wollen hier vielleicht noch was anderes hinbauen. Und dafür muss dann auch nochmal Platz sein. Und... Äh... Viereckiger Kasten. Well... Na... Äh... Okay... 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 Wir könnten natürlich... Sowas machen... Erstmal hier frei in der Luft. Und dann... Äh... Warte mal... Huch... Das geht glaube ich schon viel zu weit. Aber... Okay... Den Bereich können wir auch nochmal mit einnehmen. Wird zwar kein richtig schöner Friedhof, aber... Es ist nur... Es sieht nicht schön aus, aber... Zweckmäßig ist es. Es ist so mein Lieblingsspruch, habe ich das Gefühl. Es sieht zwar nicht schön aus, aber... Es ist... Es sieht nicht schön aus, aber es ist Mittel zum Zweck. Ja... Okay... Hier brauchen wir jetzt... Shit... Hm... So... 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 Oh Mann ey... Damit versperren wir die Aussicht, aber... Was willst du denn machen, ne? Die schöne Aussicht... So... Ja, das müsste ich hier eigentlich noch aussehen, aber egal... Das lassen wir jetzt so... Ja... Hörbern... What the fuck... Okay... Keine Ahnung... So... Wir brauchen Stein und wir haben keine Spitzhacke... Gehen wir nochmal den Weg zurück...